willkommen zurück bei seven days er ist jetzt hier fertig sehr schön dann nehmen wir die raus und hauen hier gleich die cobblestones mit drin ne 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 mein freund nur 6000 mehr passen nicht die stapeln ja leider nur bis 1000 wie wies sind wie wies sind haben wir alle rausgenommen ja und hier packen wir die anderen 6000 rein mehr postenet zack die muni wieso habe ich jetzt so wenig muni die habe ich rausgenommen ja die hatte ich aber auch rausgenommen hey wir müssen eigentlich 30 pakete einstacken haben welches debatt weil die hier laufen ja noch die laufen auch noch habe ich auch nicht mein tag und alles gut alles war alles richtig alles stimmt alles er hat ja die fünfer übereinander gestapelt nicht stimmt schon sehr schön rinder der lüftert denn wenn wir mich gleich ein bisschen beton mitnehmen 1 2 3 4 5 soll nicht reichen so viel wenn wir nicht brauchen ein bisschen floster stein mitnehmen 1 2 3 4 5 und holz bin ich mir nicht so sicher ich nehme sicherzeit mal ein bisschen holz mit so ich glaube ich habe ich gehört wir fahren auf jeden fall wieder rüber machen doch jetzt weiter damit wird auch fertig kriegen jetzt haben wir auch wieder tag der lüfters na uschi hab dich doch gehört oder habe ich schon wieder hallus mich wundert es in der tat dass sie wir haben eigentlich eine hitzegrad die müssten eigentlich nur so sprießen die uschis aber gut soll mir recht sein das wundert mich sehr dass die hier nicht ankommen dem 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 so es ist zwar gerade talk aber motorrad stellen wir trotzdem wieder so hin dass wir ein bisschen zusätzliches licht haben wunderbar drohne dich werden wir einmal hier abstellen damit uns nicht im weg hängst dankeschön den schnappen wir uns jetzt einmal bevor wir hier weiter bohren das schnucke ding und die dinge hier einmal verstärken was denn hier und so und den machen wir hier weiter damit wir das hier fertig kriegen was muss das muss so dass wir den vier stick den fangen wir jetzt erstmal auch nicht den rest weg zu bohren und den können wir auch die dinger bauen die können wir zwar jetzt und kümmern sie schon aber wir können jetzt hier nicht alles einrichten da fehlen uns motorinnen und generatoren aber das können wir alles selber bauen außer motorrad aber die werden wir schon finden alles kein problem und wenn wir das zeit sind durch die stadt machen müssen und alles auseinander kloppen was erfinden das wird schon ja gucken wie komme ich da oben kommen so lang lebe der gute alte jumping wir haben es geht gut dann machen wir das hier mal kurz wegbohren so 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 der kommt erstmal dorthin wir brauchen eigentlich jetzt gleich einmal kurz die blöcke da müsste ich mal ein paar neue hier stellen mach mal hundenstück sehr schön und zwar müsste hier jetzt erstmal ganze blöcke rein überhaupt weiß nicht warum ich hier einen weiter runter gebohrt habe aber passt schon das stopfen wir einfach nachher kriegen wir schon hin ich hoffe da kommt jetzt nichts runter aber hier müssen wirklich einmal komplett ganze blöcke rein bevor wir hier richtig anfangen können sehr schön sehr schön so wurde mal kurz genau pock die mal nach oben nehmen wir einmal kurz den dann können wir den hier gleich mit festlegen und eigentlich möchte ich das schon wenn ich ein bisschen dran haben wie sieht das sonst aus so machen wir mal den den wieder die guten jetzt brauchen wir einmal die ganze blöcke zack zuck machen wir jetzt mal anders wir brauchen jetzt hier keinen es hilfes wir kommen daher sonst hinterher nicht mehr ran so gut und die können wir jetzt auch nochmal hinsetzen das kriegen wir alles hin jetzt kann wieder der erste hilfeset nach unten die kommen jetzt auch immer hier durch damit die wand zumindest massiv ist erstmal bis hier was die damal weiß ich noch nicht werden wir sehen einmal kurz hier ist der gern und dann können wir hier anfangen die türmchen weiter zu bauen dann wollen wir mal gucken wie ich auf der anderen seite habe das soll ja symmetrisch werden sieht sonst nicht aus sehr schön zumindest haben wir diese komischen schiefen wege hier schon mal weg ähm m m m m und ich muss auch mal ganz kurz das weiß ich gar nicht mehr wie hoch haben wir das ganze drei blöcke ne und wie breit müsste ich auch noch mal gucken ich glaube das waren elf wenn ich es richtig in erinnerung haben so und immer das sind treu hoch ja und die breite war glaube ich elf ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf vier da das aber gleich hier mit dem soll mal kurz abzählen für abstand wir hier zwischen haben damit das post haben wir den hier gleich mit der ecke glaube ich ja ne hier ist die ecke jo jo haben wir genau gleich mit der ecke gut den passt es die erste doch ne jo den müssen wir das hier auch machen und zwar hier ist die ecke so das steht direkt dran das weiß ich schon das heißt hier müsste der erste hin und den zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn und die elf einmal und dran müssen wir das ganze in zwei drei vier fünf sechs sieben waren das nämlich sehr schön das passt schon also jub denn ja wird wahrscheinlich irgendwann passieren dass wir während der wurde so gut wie nichts mit zu tun kriegen aber ich finde nun mal mache ich das ordentlich wenn wir innerhalb zu tun haben. Man darf auch mal übertreiben. Solange man die ständig übertreibt. Sieh schon, die blöge werden nicht räuchten. Mal noch mal 100 Stück. Sofern ein Trümchen. Dankeschön. So, und das Ganze muss natürlich drei hoch. Allerdings muss ich darauf achten, dass vorne eine Schräge ran muss. Wir werden jetzt einmal kurz, das machen wir jetzt gemeinsam, das hier einmal kurz festlegen. Oder es wird doch ein bisschen viel. Da muss ich jetzt noch komplett eine Rübe. Das machen wir jetzt auch. Und dann muss ich aufpassen, da kommt mir erstmal die Schräge. Und da kommt das eigentliche Tümpchen. Dann muss ich mal gucken, wie da die Abmaße sind. Das weiß ich gar nicht mehr. Ist aber auch übertrieben. Das ist wirklich so übertrieben. Ja, wenn man auf ein Update wartet, dann kommt man auf die dümmsten Ideen. Eigentlich überhaupt nicht gut, aber ist nun mal so. Ich glaube, die Blöcke reichen immer noch nicht. Ne, ne, das siehst du schon. Ach, noch mal 100. Bip, bip, bip. Ein Träumchen. So, dann werden wir das hier gleich auch noch einmal kurz festlegen. Dann müssen wir darauf achten, dass wir hier vorne eine Schräge hinmachen. So. Hier drauf müssen wir die Schrägen. Das Problem ist halt, wenn ich es nicht gleich feststärke komme, dann später nicht mehr ran. Das heißt, es muss, es muss. So, jetzt die Schräge. Ah, gut, Holz wird aber echt enger, als ich dachte. Auf jeden Fall, die hatten wir komplett durchgezogen. Na ja, dann brauchen wir auch immer die. Die müsste hier vorne wieder vor. Natürlich so rum. Der Rest wären dann wieder normale Blöcke. Und da drauf kommt dann das eigentliche Gebäude. Na, da doch nicht hin. Hier hin. Oder? Ja, so hatten wir es. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt wieder normale Blöcke. Ich hätte mir mal echt Betonblöcke gemacht sollen. Das wäre einfacher. Aber gut. Jetzt ist das so. Oh, in der Höhe hier, du mein lieber Juli. Hauptsache, die Base ist richtig übertrieben. Kann natürlich durch die ganzen Schusswaffen passieren, dass wir irgendwann hier haufenweise gesprengte Blöcke haben, weil die Waffen die Demos auslösen. Und bis jetzt hatten wir das Problem so noch nicht. Also, es geht, es geht. Sehr schön. Einmal verstärken. Dann kommt das eigentliche Gebäude. Sehr schön, sehr schön. Level-Up haben wir inzwischen auch. Das ist doch mal ein Träumchen. Da gucken wir noch mal kurz. Da hatten wir ja hier vorne. Was hatten wir da mit den Minen? Wo ist denn das? Da, die Spion. Unsere Bretter fallen und landen in, wenn eine Sekunde langsamer ausgelöst. Ja, ja. Und weniger 35% weniger Schaden durch landen. Okay, okay. Aber wenn wir das mit den Aufwärmen interessieren, welches ein Pünktchen brauchen wir da noch? Jetzt muss ich nur mal was gut gehen. Wir haben auf jeden Fall auf den beiden Seiten zwei frei. Das ist auch nur ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, ja. Auf den zweiten wäre das das Haus. Hier müsste hin, jo. Die müssen frei. Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh, es ist ne, jo. Den haben wir aber, glaube ich, bis hinten durchgezogen, damit wir genug Platz haben. Ja. Das wird ja jetzt das Häuschen. So, jetzt haben wir mal kurz was gut gehen. Das war schon der Fußboden hier, ne? Oder? Aber hier würden die Gitter hinkommen. Also ein, zwei. Ein, zwei. Das wären die drei Gitter. Jetzt haben wir mal was gut gehen. Geht es da drin ein, weiter runter? Gut, die müssen wir vielleicht auch mal festlegen. Aber, der Fußboden ist ein unter dem untersten Block. Also so haben wir es gelassen. Aber hier würden dann schon die Waffen hervorkommen. Okay. Mehr wollte ich nicht wissen. Zack, zog einmal rum. Die Blöcke reichen schon wieder nicht. Tut das nicht? Hut? So, wo denn mal? Dann hauen wir hier am besten, glaube ich, die Gitter mal hin. Sonst komme ich hier wieder durcheinander. Mich wundert es eigentlich, dass noch nicht ein einziger Zombie vorbeikam. Das wundert mich wirklich so ein bisschen. Zack, zack. Und dass er das Rot anzeigt. Ja, er hat hier irgendwie Probleme. Verstanden, weil wir hier zu viel weggerummelt haben, die Stabilität zu berechnen. Hier ist nur auch kein Weltuntergang. Fallen die drunter? So, so müsste das. Und hier gab es, glaube ich, noch einen rüber, der das Dach war. So war das, glaube ich. Ja, ich glaube, ja. Ein, zwei, drei, vier. Ja, ja. Das hier wäre das Dach. Genauso hatten wir es gemacht. Schlechtes Wetter kommen auch wieder. Also alles war im alten. Alles ist beim alten. Zu schlecht wäre der Sache hier einfach nichts mehr. Das hatten wir schon gefühlt tausendmal. So, das müsste an der Wand sein, ne? Ja. Zack. So, dann müssen wir das Kunstdruck hier nur noch gleich einmal kurz verstärken. Und dann. Oh, schönes Gewitterchen. Okay. Steht die Bude hier auch. Hier kommt natürlich noch eine Leiter ran. Hier, stellen wir die schon mal hin, damit wir sie nicht wieder vergessen. Einmal Leiter. Äh, äh, Leiter, 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 Leiter. Gib einfach mal Leiter ein, mein Freund. Da nehmen wir wieder die gute Designer, leider. Die da. Zack. Und den verstecken wir das Ganze hier. Ich hoffe nur, es reicht noch. Da habe ich mich so meine Zweifel, ehrlich gesagt. Wir haben doch mehr Verbrauch, als ich dachte. Aber wir werden es sehen. Sehr schön. Und der Kasten wäre fertig. Jetzt müsste ich eigentlich, glaube ich, wirklich mal gucken, ob wir überhaupt noch Generator und das haben. Weil Waffen, und das muss ja auch alles rinnen. Jut, jut, jut. Anmalen. Ja gut, Farbe haben wir jetzt auch nicht. Muss aber alles sein. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Zumindest werden sie hier oft doppelseitig mit der Feuer genommen. Das dürfte schon eine ganze Menge weiterhelfen. Und dann kommen hier halt noch ungefähr hier eine hin. Auf der anderen Seite noch eine. Aber eins nach dem anderen. Roni, dich nehmen wir jetzt einmal wieder mit. Mit Pleasure. Weil ich jetzt wirklich zu Hause googeln muss. Es ist jetzt aber auch so gut, wie alles verbraucht an Materialien. Dafür haben wir ein bisschen Ersatzleben. Leben kann man nie genug haben. Das ist immer ein bisschen knapp bei Kesse. Der klappt halt schon. Sehr schön, sehr schön. Vor allem dieses dauerschlechte Wetter. Ja, furchtbar. Das muss doch nicht sein. Das kann ja nämlich sein, dass wir eine kleine Motorräden-Farmsuchrunde einlegen müssen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Jetzt müssen wir gucken. Und ich glaube, bei uns in der City haben wir so ziemlich alles abgegrastet. Ist der jetzt zu denn nicht? Ja. Da werden wir wohl in die Nachbarstadt fahren müssen. Aber eins nach dem anderen erst mal den Notfallleben wegpacken. Sehr schön. Und, ja gut, die können eigentlich auch erstmal weg. Deren, hier, deren Holz haben wir auch fast alles verbraucht. Da nehmen wir jetzt auch mal den Rest hier mit. Dann haben wir zumindest noch was einstecken. Ich wollte jetzt wirklich gucken. Ne, ich war doch richtig, ne? Ich war richtig. Wie viel wir davon haben. Ähm, da müsste es ja sein. Generator hätten wir noch ein. Motorräden haben wir auch. Okay. Schusswaffen haben wir noch zwei. Gut, das reicht für den einen Turm. Aber wir brauchen so oder so mehr davon. Aber den einen kriegen wir noch fertig. Wir bräuchten zwei Motorräden. Wir bräuchten zwei Schusswaffen. Aber, gut, davon bräuchten wir eine. Wir bräuchten auch noch so eine andere Lampe, die wir nicht mehr haben. Ne? Das sind Schrotflittgeschützte. Hm, das wird noch so ein Problem. Diese Mülltonnenlampen, diese Scheinwerfer. Ich habe mir jetzt ausnahmsweise mal den Namen gemerkt. Scheinwerfer heißen die guten. Das Problem ist, die Werkbänke sind immer noch alle in Benutzung, ne? Nö, 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 nö. Neh mal raus, hast du gedöst. Danke. Wann bist du so lange dabei? Offensichtlich. Offensichtlich. Okay. Gut, auf jeden Fall will ich mal kurz gucken. Scheinwerfer. So, da sind die guten. Davon bräuchten wir auf jeden Fall, wenn wir die anderen bauen, auch noch drei Stück. Gut, das ist kein Problem. Eisen haben wir, Klebeband haben wir, wir haben alles. Wir bräuchten drei Scheinwerfer. Dann bringe ich hier mal kurze Steingedöns weg. Muni stecken wir auch ab. Machen wir gleich so, das vergesst ich es wieder. Sein muss, muss sein. Erstmal hier mit drin. Wunderbar. Ist auch schon fast die zweite voll. Den brauchen wir auf jeden Fall hier von drei Stück. Entweder. Warte mal, machen wir es so. Die machen wir mal kurz zu Blöcken. Die brauchen wir eh wieder. Den brauchen wir. Okay, wieso liege ich das so durcheinander? Ups. Ne, dreimal brauchen wir, ne? Eher. Und... Gut, also sechs Klebeband noch, wenn ich mir nicht wische. Haben wir... Ja, gerade ebenso. Aber haben wir. Dann kann ich nämlich gleich in die Wegpunkten wieder ansetzen. Und 150 Eisen. Haben wir Eisen einstecken? Nein. Gut, die haben wir unten. Aber ich muss unten eh einmal gucken. Wegen hier den Schmieden. Okay, wohl, die ist schon fertig mit Schmelzen. Die kann mich aus. Die kann genauso aus. Haben wir wieder gut Eisen eingeschmolzen? Wie sieht es hier aus? Hier, der lüft noch. Aber hier, du kannst ihn mal rausnehmen. Können wir gleich nach oben packen. Der lüft auch noch. Der lüft nicht mehr. Der ist fertig. Mach aus. War hier wohl mehr drin, ne? Und was mit dem hier? Der ist auch fertig. Aber gut, ähm, ist eigentlich ganz gut, dass er ausgegangen ist. Das ist fast voll. Dem ist aber das gute Holz ausgegangen. Das ist natürlich nicht so schön. Uns geht aber auch das Holz aus. Hier, mach weiter, mein Freund. Kannst du aber auch gleich Patronenhülsen rauslaufen lassen. Lehm geht hier auch langsam zur Neige. Nimm die mit. Hier ist das gleiche Problemchen. Nimm die mal raus. Das ist ja nochmal, ich hab gesagt. So. Nochmal neu rauslaufen lassen. Dann passt das hier schon. Und hier ist so gut wie nichts drin. Haben wir hier nichts eingeschmolzen oder was? Ah, Mannix. Ich kann doch erstmal ausbleiben. Patronenhülsen haben wir jetzt nicht so den Mangel. Was war da? So, Hülsen. Ja. Passt schon alles. Da kommt ja noch ein ganzer Schwung. So, wie sieht's hier aus? Der ist noch fleißig am Schmelzen. Allerdings muss hier einmal kurz Zement raus. Und es ist ja gleich full. Genau wie der hier. Wollen wir echt so lange jetzt dabei beim Bauen? Dass hier alles fertig ist? Das sieht ja fast so aus. So, was wollte ich jetzt? Eisen. Eisen. Wir brauchen eigentlich nur 150 Stück. Hm? So, wir nehmen raus. Patronenhülsen. Und das bringen wir natürlich auch gleich wieder hoch. Wir müssen eh da hoch. Denn passt das schon. Hm? So, Schießpulver. Ne, Schießpulver gerade nicht. Aber Patronenhülsen rinnen die paar Stück da. Da kommen ja noch einige. So ist es nett. Die Schossspitzen können hier auch erstmal rinnen. Da haben wir erstmal wieder Vorrat. Und wir marschieren den Eimer hier hin. Die können wir jetzt aber alle in einer machen. Scheunwefer. Sehr schön. Da haben wir alle teuren. Dauert nicht mal lange, ne? Aber gut, passt schon. Da können wir das nämlich gleich anschließen alles. Lampe rein und so. Ich stecke schon mal in den Kram. Wir brauchen auf jeden Fall eine hiervon. Wir brauchen einmal den. Wir brauchen zwei Motoren. Wir brauchen zwei Motoren. Ich will jetzt nix für G-Sinn. Davon die zwei brauchen wir. Ja, das wäre die Lampe und die Scheinwerfer sind ja in Arbeit. Wir brauchen zwar im Moment nur einen, aber später noch zwei. Der lüft halt schon. Das ist auch schon mal ein Träumchen. Gut, 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 gut. Und ansonsten bräuchten wir da eigentlich nix davon noch ein, ne? Davon noch ein. Wir brauchen noch das Wire-Tool. Da haben wir aber oben liegen. Sehr schön. Gut, der braucht ja nicht lange. Ja, schon alle drei fertig. Sehst du mal, einen beholten wir. Die beiden packen wir wieder in die Kiste. Die brauchen wir erst später. Wir werden so oder so, bevor wir die anderen bauen müssen, einmal eine Tour machen müssen. Obwohl, Generator können wir bauen, den Rest haben wir alles, ne? Nein, wir brauchen Geschütztürme. Müsst du den Händler mal abfragen. Oder wir bauen die Dinger, aber darum bauen wir es immer so teuer. Motoren haben jeweils genug. Ah gut, wir werden sehen. Dann sind wir für heute jetzt wirklich erst mal am Ende. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Morgen geht es hier weiter. Bye, bye.